Seit 1919 stellt die Kräuter Mix GmbH mit ihrem Hauptsitz im fränkischen Abzwind hochwertige pflanzliche Rohstoffe her und steht der Industrie bei der Herstellung von Lebens- und Arzneimitteln sowie Tiernahrung als Zulieferer zur Seite. Mit einer Investition in Richtung Produktion 4.0 möchte das Unternehmen digitaler werden und so die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen. Bernhard Mix ist mit seinem Vater Christoph geschäftsführender Gesellschafter des innovativen Familienunternehmens. 475 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter produzieren 650 verschiedene Artikelfamilien, die national und international vertrieben werden. Die Rohstoffe hierfür werden in 70 Ländern eingekauft. Kräuter Mix steht für Innovation und einen kreativen, unternehmerischen Geist. Das bereits seit über 100 Jahren. Wir sind seit jeher am Puls der Zeit und gestalten die Digitalisierung des Unternehmens als ein Zusammenspiel von Tradition und Moderne. Der erfolgreiche Mittelständler mit sehr hohen Ansprüchen an Qualität und Nachhaltigkeit rüstet sich für weiteres Wachstum. Wir arbeiten seit über 20 Jahren mit einem wahren Wirtschaftssystem, das alle Geschäftsprozesse integriert. Mit der Einbindung von Microsoft Dynamics BC schaffen wir die Voraussetzungen für die weitere Digitalisierung unserer Produktions- und Logistikprozesse in Richtung Industrie 4.0 und die bessere Einbindung von Kunden und Lieferanten. Wir freuen uns darauf, künftig modernste Technologien wie Cloud, Künstliche Intelligenz und Business Intelligence einsetzen zu können. Mit der Investition will Kräuter Mix auch seine Produktionsanlagen medienbruchfrei an das neue ERP-System anbinden, um die Effizienz weiter zu steigern und Prozesse zu optimieren. Die bewährte Produktionstechnik wird dadurch digitaler und um weitere Steuerungstechnik ergänzt. Wir schaffen die Möglichkeit, ein Prozessleitsystem mit Maschinensteuerung aufzubauen. Durch die Umrüstung unserer Anlagen erfolgt bei der Fertigung unserer Produkte ein Datenaustausch. Direkt an die Anlage, in die Maschine und wieder zurück. Alle Daten aus dem Wertschöpfungsprozess können künftig ohne große Aufwendungen ausgewertet werden. Dies erreicht die Kräuter Mix GmbH durch einen Digitalisierungskredit. So wird das Unternehmen auch in Zukunft weltweit führend bei der Herstellung von getrockneten Kräutern, Gemüsen und Gewürzen bleiben. Den KfW-Kredit hat die Kräuter Mix GmbH über die Sparkasse Mainfranken aufgenommen. Die KfW ist, genau wie wir Sparkassen, seit vielen Jahrzehnten ein bewährter Partner für die mittelständische Wirtschaft. Hier in diesem Projekt haben wir zinsgünstige Innovations- und Digitalisierungsförderdarlehen an die Firma Kräuter Mix durchgeleitet. Darauf sind wir als Hausbank der Firma Kräuter Mix sehr stolz, dass wir hier Partner gemeinsam mit der KfW bei diesem zukunftsweisenden Projekt sein dürfen. Gerade als Unternehmer ist es wichtig, mit verlässlichen Geschäftspartnern zusammenzuarbeiten. Gemeinsam mit der KfW, der Sparkasse Mainfranken und der Bayerischen Landesbank werden wir dieses wichtige Projekt erfolgreich umsetzen. Verlust für die KfW, der Sparkasse Mainfranken und der Markt der KfW mit 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 der KfW. Untertitelung. BR 2018